Sieh genau hin! Jetzt werde ich dir mal zeigen, wie schnell so ein Ball sein kann! Ein gewaltiger Abstoß! Da ist wirklich Bums dahinter! Wakabayashis Ball fliegt weit in die Spielhälfte des Gegners, aber die Grünwalder Stürmer werden durch die Rotburger Abwehrspieler komplett gedeckt. Bis auf einen! Einer der Gäste kann sich auf der Mann-Deckung lösen. Kalt! Da hat Rotburgs Abwehrkette wohl komplett geschlafen. Die Fahne bleibt unten. Kein Abseits für Kalt, obwohl es da Prozeste geben wird. Ist die nicht richtig? Doch! Direkt in den Tauf von Kalt hinein. Was für ein Pass! Es wird gleich sehr traurig, Jungs. Vom Titel könnt ihr euch noch abschieben. Und er ist drin! Tor! Alles klar! Durch Kalt's Treffer ist Grünwald in Führung gegangen. Die Rotburger schauen fassungslos auf ihren Keeper. Kalt und Wakabayashi, zwei Namen, die man sich merken wird. Ihre Visitenkarten haben sie damit abgegeben und ihre Telefonnummern werden die höchsten Liga-Chefs gleich in ihr Handy einspeichern. Das wird jetzt nicht richtig berührt, was es 1950-朝 ver tsunamin. Vielen Dank.